Amen, Amen, ich sage euch, die Stunde kommt und sie ist schon da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und alle, die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich hat, so hat auch er es dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. So war die Worte aus dem Johannes-Evangelium. Die Menschen, die für dahin sozusagen in Gräbern sind. Aber ich glaube, dieser Text, dieses Evangelium meint auch die Menschen, die heute schon in Gräbern leben, die sich zurückgezogen haben, die Menschen, die aus Ängsten sich verschanzt haben, Menschen, denen man vielleicht Gräber gebaut hat, um sie da reinzulegen, um sie wegzuhaben, weil man sie weggeschoben hat, weil man sie nicht möchte. Ich glaube, dass es vielermaßen Menschen gibt, die heute schon in Gräbern leben. Aus Traurigkeit, aus irgendeiner Krankheit heraus, aus irgendeiner misslichen Erfahrung ihres Lebens. Diesen Menschen sagt Jesus Christus zu, dass er genau in ihre Gräber hineinfährt, in ihre Gräber kommt, sie erlösen möchte, sie rausholen möchte aus diesen Gräbern, um nichts anderes ihnen zu schenken, als das, was er im Sinn hat und was sein Auftrag ist, nämlich das Leben. Und das Leben in Fülle, das Leben in Ewigkeit und dieses Leben, das nicht begrenzt ist, dieses Leben, das auch nicht von anderen begrenzt werden kann, und dieses Leben, das auch nicht von anderen in Gräber geschickt werden kann. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes segne ich Sie. Amen.